Hallo Leute, mein Name ist wie immer, euer Willi Schmidt und ja, ich bin heute mal mit meinem eigenen Minecraft-Account drauf, also ihr könnt mir jetzt meine neue, ihr könnt mir ruhig jetzt, ähm, jetzt PH-Anfragen stellen, auf Willi Schmidt, 2008 ist mein Account, ich weiß, den werde ich dann nochmal verkürzen, ich habe mal auf meinen, so, ich kriege auch bald jetzt hier auf, dass diese, sag ich mal, Lex sich verringern, man sieht jetzt schon, wie das hat nur 8,5 PS, ähm, es geht noch bei mir auf den Bildschirm, aber ich sehe gerade im OBS, das habt nur, und ja, also, ihr könnt euch jetzt nochmal, falls es kann, ja, so wird es geschrieben, schickt mir doch mal eine PR-Anfrage, und, ähm, eine Schlimme ist, ausrasten.de wird erst, ähm, zwei bis vier Monate erst in Online gehen, wir haben, unsere Server wurden gehackt vorgestern, ähm, darum tut es auch uns leid, darum machen wir jetzt ein Gewinnspiel, wie ihr ganz einfach teilnehmen müsst, ihr müsst ein Like da lassen, ein nettes Kommentar schreiben, und mir auch meine Sucht eine FA-Anfrage stellen, wenn, 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 wenn ihr keine Meinung habt, dann macht ihr es einfach nicht, trotzdem, nehmt ihr an der Gewinnschance mit, und ja, danke nochmal an Astragon, und amoyang, die gerade das Video unterstützen, danke nochmal an euch, geilen, und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, dafür ist natürlich, dein ausrasten.de, Team, und ja, könnt mal auf ausrasten.de, das ist ein richtig geiler Test, ich möchte jeden mal von euch da drauf sehen, ähm, es ist eine sehr kostenlose Firma, die sehr geil ist, das einzigste, was ihr nur braucht, ist ein Mikrofon, und, ähm, Computer mit, oder Laptop, so. Das ist alles, was ihr braucht, wenn ihr ein Laptop habt, da ist natürlich schon ein Mikrofon integriert, und ja, dann ist das jetzt noch, schön, Tag, da seht ihr jetzt, das ist ein, das ist ein Random Video, da seht ihr jetzt, ähm, ähm, mein letztes Video, und in der Mitte seht ihr jetzt, wo ihr mich abonnieren könnt, wenn ihr mich abonniert, dann kommt jeden Freitag einen neuen Livestream, aber jetzt im Moment nicht, weil hier meine alte Grafikkarte, die 1080 hatte ich, nur, die war kaputt, und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, dafür ist der dein Video,